Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, heute Morgen haben wir in diesem Haus in einer Debatte 70 Jahre Grundgesetz gedacht. Das war richtig, das war gut, diesem deutschen Versprechen, den Deutschen gegenüber und dieser Welt, das zumindest nach meiner Auffassung das Beste ist, was diesem deutschen Volk jemals in seiner langen und nicht immer glücklichen Geschichte gelungen ist, zu gedenken, eine Erfolgsgeschichte, eine Verfassung, die es ermöglicht, die Wunden zu schließen, eine Verfassung, die es ermöglicht, die Perspektiven zu eröffnen, die europäische Integration zu ermöglichen, kollektive Sicherheit zu gewährleisten und Menschen gleich welcher Herkunft zu integrieren, und quasi als Kern dieser Verfassung den Schutz der Würde des Menschen manifestiert. Und gerade deshalb haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes bei ihrer Manifestierung dieser Gründe und des Grundes unseres Staates in seiner eigenen Geschichte den Artikel 25, von dem die Antragsteller nicht sprechen, den Vorrang des Völkerrechts manifestiert. Denn es gehört untrennbar natürlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu diesem Grundgesetz. Und es gehört untrennbar zu diesem Grundgesetz die Verpflichtung, die Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung, die Einhaltung der Menschenrechte und die Grundfreiheiten hinzuwirken und damit die Europäische Menschenrechtskonvention und die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen quasi zum Inhalt unserer Verfassung zu machen. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Antragsteller, habe ich mir gefragt, was soll dies jetzt an dieser Stelle? Grundrechte für alle, die allen Menschen als Menschenrechte zustehen. Denn gerade um dieser Pflicht gerecht zu werden, die Menschenrechte und die entsprechenden Erklärungen der Menschenrechtskonvention zu implementieren, hat unser Grundgesetz einen weiten Grundrechtskatalog gefasst und eine unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit vorgesehen. Und aus gutem Grunde hat der Parlamentarische Rat damals sehr differenziert, nicht alles über einen Kamm geschoren und Unterschiede zwischen einerseits den Jedermann-Grundrechten, andererseits den sogenannten deutschen Grundrechten und drittens den grundrechtsgleichen Rechten vorgenommen. Die Unterscheidung ist den Antragstellern der Fraktion Die Linke sehr wohl bewusst gewesen, da sie ja lediglich die Versammlungsfreiheit, also Artikel 8, die Koalitionsfreiheit, den Artikel 9, die Freizügigkeit, Artikel 11 und die Berufsfreiheit, Artikel 12, in Visier genommen haben. Leider sind sie, und dies sage ich es aus Sicht der SPD, zu einem falschen Ergebnis gekommen. Betrachten wir deshalb diese vier Artikel doch etwas genauer. Blicken wir auf die Versammlungs- und Koalitionsfreiheit. Wo ist sie eingeschränkt für Menschen nicht deutscher Staatsangehörigkeit? Die Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, das Recht, Vereine zu gründen, sich in Vereinen und Verbänden zu organisieren, Mitglied in Gewerkschaften zu sein, steht jedem, der in Deutschland ist, schon aus der Gestaltung des Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und Artikel 2, unverbrüchlich zu. Und auch die Versammlungsfreiheit in diesem Land ist nur dann eingeschränkt und nicht auf die Nationalität und die Staatsangehörigkeit begrenzt, wenn es sich um staatsgefährdende Bereiche handelt. Und nehmen wir zum nächsten die Berufsfreiheit. Keiner in diesem Raum, in diesem Hohen Haus käme auf die Idee, die Berufsfreiheit als solche allein auf die deutsche Staatsangehörigkeit, sondern auf die Qualifikation abzusetzen. Die Qualifikation der Menschen ist die Grundlage. Niemand in diesem Hohen Hause käme auf die Idee, zu sagen, jedermann, der nach Deutschland einreist, hat sofort an der Stelle einen Anspruch auf Beruf. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Antragsteller, Sie haben nicht den Artikel 33, die Gleichstellung der Deutschen in den Ländern berücksichtigt, wo Deutsch steht, nicht den Artikel 20, wo das Widerstandsrecht der Deutschen manifestiert ist, auch an die Staatsangehörigkeit geflüchtet. Herr Kollege Brunner, kommen Sie bitte zum Ende. Herr Präsident, ich bin sofort zu Ende. Nicht den Artikel 16, der die Staatsangehörigkeit feststellt, und nicht den Artikel 12, der unsere Wehrpflicht beinhaltet. Und deshalb, liebe Antragstellerin, eine gute Idee, die Menschenrechte zu manifestieren. Sie sind bereits manifestiert. Wir brauchen keine Änderung. Wir haben ein gutes Grundgesetz. Wir sollten dies fortführen. So, der Kollege Buschmann, ebenso wie die Kollegen Alexander Hoffmann und Esther Dilche geben ihre Reden zum Protokoll, sodass die letzte Rednerin, die Kollegin Karnam-Bayram, Bündnis 90 Grün, ist.